Ei Gude und willkommen zurück zu Return to Moria. Ich bin der Typ mit dem Bart und heute wird's heiß. Ja, wie in der gestrigen Folge schon angesprochen, schauen wir uns heute die große Schmiede an und sehen, wie man das ganze Ding zusammenbaut. Denn man kann noch nicht von Anfang an da rein oder die in Betrieb nehmen. Das werden wir aber zusammen hinbekommen. Das soll ja nicht das Problem sein. So, ich bin zwischenzeitlich noch so ein bisschen Zeug zusammen sammeln gewesen und habe noch Eisenbahnen hergestellt. Habe noch eine kleine Schmiede aufgebaut im Nachbargebäude. Habe noch so ein bisschen was Organisatorisches gemacht hier, sodass wir dann direkt heute zusammen rein starten können. Dann gibt es auch noch ein Item, was ich heute mit euch gerne zusammenbauen möchte. Ich hoffe, wir kriegen die Materialien zusammen, denn es macht das Leben einfach so viel einfacher in diesem Spiel. Und hier noch ganz kurz die Info. Wenn ihr nebenher mal komische Geräusche hört, das ist nicht eure Verbindung oder euer PC oder Handy oder whatever. Das ist bei mir zu Hause. Hier wird gerade ein bisschen umgebaut. Da kann es hin und wieder mal kurz ein Flexgeräusch geben. Wenn das so ist, werde ich ganz schnell das Mikro muten und werde es dann wieder freigeben, sobald es weiter ist. Und noch der zweite Hinweis. Heute Abend 20 Uhr geht es mit Valheim weiter auf Twitch. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne rein. Ich würde mich freuen. Jetzt geht es aber los mit Return to Moria nach einem kurzen Intro. So, und es ist schon wieder Nacht. Wahrscheinlich kann ich jetzt nicht pennen, weil Feinde zu nah sind. Das heißt, ich muss wieder vor die Tür. Ich muss da draußen wieder einen Dicken machen. Ach, das ist manchmal so nervig. Ich habe vorhin schon die ganzen Wölfe da lang flitzen sehen. Ah ja, was soll ich dazu noch sagen? Wo sind sie? Die Archis, da sind sie. So, die patrouillieren wieder hier. Da müsste ich ja jetzt eigentlich pennen gehen, oder? Das müsste doch eigentlich drin sein. Genau, so geht es doch jetzt. Ich habe einen Reparaturtisch aufgebaut. Ich habe eine Werkbank aufgebaut. Die schauen wir uns als allererstes an, was man da tolles machen kann. Aber vorher schmeißen wir noch ein bisschen Flasch auf den Ofen. Genau. Also, Reparaturtisch. Können wir gerade nochmal reparieren. Ganz wichtig. Also mit eines der wichtigsten Items, um das ihr euch hier überhaupt fortbewegen könnt. Und das ist hier die Werkbank. Wir werden gleich zusammen den Jagdbogen und Pfeil machen. Das habe ich tatsächlich in meinem Stream noch nicht gemacht. Das heißt für mich auch eine Premiere. Und das hier... So, und jetzt kam genau das Geräusch, was ich gerade meinte. Ich habe ganz schnell ins Mikro zugemacht und doof in die Kamera geguckt. Der Abenteuerrucksack. Den wollen wir herstellen heute, denn da gibt es so viel mehr Platz drin. Und das macht es einfach so viel einfacher, sich hier zu bewegen. Dazu brauchen wir aber noch ein paar Tiere heute. Mal gucken, ob wir es schaffen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Jagdbogen. Den stellen wir her. Der Morgen dämmert und ich habe die Taschen wahrscheinlich voll. Deswegen geht hier auch nichts mehr. So, mal eben Ufräume hier. Zack, 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 zack. Rüber. Ich glaube, die Behelfsachs brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Eisenbahnen gehen auch da rüber. Das Fleisch kommt da drauf. So, da ist der Bogen drin. Und dann werden wir uns gleich ein paar Pfeile bauen. Das sind, glaube ich, immer 30 Stück. Genau. Ihr seht es, Holzstücke und Metallteile. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es einfach noch nicht gemacht damit. Also, kein Plan, wie es funktioniert. So, rechte Maustaste. Und dann einfach linke Maustaste abziehen. Gut, ist ja jetzt nicht so das Problem. So, wir hauen uns eben was in die Schnute. Aber guck mal, jetzt guckt hier der Pfeil da hinten raus. Das ist ja nice, ne? Also, finde ich schon gut. So, können wir uns eben noch eine Fackel... Äh, nee, das wollte ich... Ich wollte gerade eben nochmal hier das... Lass uns nochmal eben das Eisen hier reinschmeißen. Das kann ja ruhig in der Zwischenzeit verhüttet werden. Genau, da haben wir nämlich noch fertige Barren. Hier ist noch so eine Musna Khan-Statue. Hier nehmen wir mal ein bisschen Holz mit. Denn wir müssen gleich noch eine Fackel bauen. Oder zwei oder drei, denn da wird es richtig duster drin. Ich habe versucht, das Gamma mal ein bisschen hochzustellen. Also, dass es nicht ganz so dunkel wird. Das ist schwierig. Das kann ich euch sagen. Das funktioniert leider auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, Pfeile haben wir da drin. Jetzt gibt es ein Raid. Genau, es gibt eine Raid. Du orc filth, I'll tell you, dude. Aha. Ich stehe hier Schlange. Wer zuerst aufs Maul haben will. Nur nicht drängeln. Hier wird jeder bedient. So, Belagerung zu Ende. Der geht wieder verschwindet. Falls ihr euch gerade gefragt habt, warum ein Schwert leuchtet, wenn ihr die linke Maustaste gedrückt haltet, dann ladet ihr das auf. Ja, zieht natürlich enorm Energie ab. Also, Ausdauer. Kann man aber machen. Ja. So. Jetzt können wir es gerade eben nochmal reparieren, den ganzen Bums hier. So. Und dann können wir hier nochmal was einsortieren. Das brauchen wir nicht. Eisenerz auch nicht. Äh. Ach, Fackeln wollte ich herstellen. Fleisch brauchen wir gerade auch nicht. Wie sieht es mit dem Essen aus? Das ist noch ganz gut. Äh, 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 äh. T-t-t-t-t. Komm, wir machen mal zwei. Nanananananana. So. Es ist halt mega finster in dem Loch hier. So, hier gucken wir aber eben, dass wir hier nochmal so ein paar Feuerschalen anzünden können. Ja, raut das Erd immer so schön. So, jetzt wird es ein bisschen heller. Also, ihr seht hier quasi drei so leuchtende Elemente. Das ist einmal hier die Kurbel, dann ist es da oben ein Zahnrad und da oben ist es noch ein Stück Rohr. Und die sind hier verteilt, ja. Also, die müsst ihr einfach suchen und dann aufnehmen und dann einsetzen. Und dann ist es echt schick, ne. Also, es ist echt kein Ding. So, das einzige Problem, was ihr habt, ihr müsst es halt immer tragen. Ja, so, dann setzen wir das Ding hier ein. Dann ist das bescheuerte Zahnrad. Oh, schlepp, 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 schlepp. So, ich mache jetzt nochmal Licht an hier. Ist ja nicht auszuhalten. So, und das nächste muss ich dann hier hochbringen. Das liegt, glaube ich, wo liegt denn das? Liegt das hier? Ah, kein Brennstoff mehr. Kein Brennstoff mehr. Ich hätte mir immer Holz mitnehmen sollen. Äh, dann, äh, besorgen wir uns gerade nochmal ein bisschen Holz. Oh, guck mal da. Ah, die brauchen wir eigentlich, ne. Weil das sind diejenigen, die uns, äh, das hide liefen oder das verbergen, weil das, was ja hier noch so fehlhaft lokalisiert ist. Guck mal, hier müssen wir gerade mal ein bisschen Holz abschlagen. Oh, zwei Holzstücke. Echt jetzt? Ah, ey, komm. Da kann ich auch gerade nochmal zurücklaufen und den Stapel nochmal holen. Guck mal, hier drüben ist übrigens das Rohr, was ich gesucht habe. Komm mit jetzt. Ah, du kannst halt auch einfach nicht rennen mit dem Ding, ne. Ah, sehr gut. Da ist das Verbergen. Schön im Arsch gezwiebelt. Wir wollen unbedingt den Rucksack heute noch haben. So, jetzt hole ich aber das Holz. Schnell das Holz holen, sonst wird es nämlich... Ach so, es ist ja noch morgen. Das geht ja noch. Bevor es hier nämlich gleich wieder sackfinster wird. Apropos Sack. Hier sind auch die nächsten Säcke, die hier rumgammeln. So, guck mal hier. So, jetzt haben wir nämlich erstmal genug Holz dabei. So, das sollte ja jetzt wohl erstmal genügen. Ich brauche ein bisschen mehr, weil ich da auch noch ein Podest hochbauen muss, um dieses Rohrteil da einzulegen. Ich kann gerade nochmal hier Zeug reinpacken. So, da, zack, zack, zack. Na, 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 na. Hipp. Zack. Ah, so, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Sachen zusammen. Um, äh... Um, äh... Den Rucksack zu bauen. Das machen wir aber gleich. Jetzt stellen wir erstmal das Rohr hin. So. Ach, gern. Da werden gleich sehr unschöne Dinge passieren. Ich weiß schon, was passiert. Ich denke mal, der eine oder andere von euch wird es auch schon wissen, weil ihr das einfach schon gemacht habt. So, mal eben hier hinlegen. So, dann bauen wir uns mal eben ein Podest hier hin. So, dann kannst du nämlich das Ding nehmen. Dann kannst du das hier drauflegen. Ah, nee, eigentlich kann man es... Nee, ich habe das so gemacht. Ich habe das hier hingelegt. So, dann purzel das hier runter. Dann springt man da drauf. Dann schnappt man sich das wieder und dann legt man das hier oben hin. So einfach ist es. Zack. Ach, was macht er denn jetzt hier für einen Affen, Mann? Du sollst da runter. Ich will euch das doch zeigen. So, passt doch mal auf. Und da geht die Schmiede an. Oh, drum, so jetzt mache ich mir mal ganz kurz den flitzemann hier verziehe mich mal nach hier oben so und jetzt muss ich erst mal gucken dass ich hier erst mal noch ein paar pilze esse so so das bonden der da oben er konnte sich eine menge zeug einsammeln münzen ach die fallen von oben runter die knüller so aber eigentlich mit dem schwert ist das kein problem so im live stream bin ich dabei krepiert deswegen weiß ich gar nicht ob das event irgendwann von alleine endet oder was man da machen ist das kann ich euch gerade gar nicht sagen soll wenn ich gerade ein bisschen ruhig bin aber ich bin hier konzentriert bei der sache ich weiß gar nicht irgendwas machen irgendwie dass man nicht auf den rücken geht ne naja da kannst du herstellen so So, jetzt hat es mich zerlegt. Ich habe das jetzt einfach mal mit Absicht machen lassen. Und dann hoffen, dass damit das Event dann beendet ist. So, wir haben schon Nachmittag. So, komm aus der Hüfte, mein Freund. Im Stream war es so, da sind sie nämlich alle weg. Ah, nee, die stehen hier noch. Aha. Interessant. Wahrscheinlich der letzte Mohikaner. Also, ich weiß tatsächlich nicht, wie das aussieht. Ob das jetzt automatisch einfach weggeht. Oder ob die von alleine verschwinden. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Hier, guck, da ist noch einer. Den klatschen wir gerade mal weg. Er hat da nichts zu suchen. So. Machen wir hier mal die... So, jetzt wird das, glaube ich, gerade im Hintergrund rappeln. So, und hier könnt ihr jetzt quasi an der Schmiede, könnt ihr herstellen. Diesen Eregionsspeer, der sehr witzig klingt. Da haben wir das letzte Mal im Stream schon drüber gelacht. Schild könnt ihr auch herstellen. Oder was ihr hierzu braucht, ist Bronzebarren. Und was hier ganz wichtig ist, ist auf jeden Fall erstmal die Stahlspitzhacke. Die braucht ihr nämlich dann, um auf die nächste Ebene zu kommen. Das werden wir uns dann aber in der nächsten Folge wohl erst anschauen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, auch nochmal Stahlbarren zu schmieden. Also, dafür braucht ihr dann das Eisenerz und Kohle. Und da könnt ihr dann die Stahlbarren herstellen. Ja. Ihr habt nachher noch die Möglichkeit, über einen Zusatz, den ihr finden könnt, eure Schmiede, die ihr normalerweise baut, die noch zu erweitern. Sodass ihr quasi auch an der normalen Schmiede Stahlbarren herstellen könnt und nicht immer hierher zurückkehren müsst. Das geht also auf, Freunde. So. Und diesen Speer muss man eigentlich herstellen, um gegen die Dings zu bestehen. Die sagt schon... Bären. Ich war gerade überlegen. Wie heißen die Tiere nochmal? Bären. Genau. So. Äh. Stahlbarren brauchen wir. Eisenerz jede Menge. Das werde ich dann offscreen machen. Nochmal Eisenerz farmen. Das macht heute keinen Sinn. Aber die Halle ist schon nice, ne? Also kann man sagen, was man will. Ich finde das sehr ansehnlich gestaltet hier. So. Wir schaffen uns jetzt aber erst nochmal den Rucksack an. Geht doch weg. So. Erstmal Zeug reparieren. Und was brauchen wir für einen Rucksack? Tada! Jetzt können wir erstmal den ganzen Bums hier reinschmeißen. Genau. Das ist unser neuer Rucksack. Schaut euch das mal an, was das für Plätze sind. Ich wollte den jetzt eigentlich ganz toll anlegen. So. Den kann ich irgendwie nicht aufnehmen. Achso. Tragen. Aha. Ich kann ihn nur tragen. Aber ich kann ihn... Äh? Ich kann ihn nicht ablegen. Äh. Okay. Wow. Na ja, da muss der erstmal da liegen bleiben. Es hat übrigens auch ein Zuschauer von euch gefragt. Mensch. Äh. Aber wir sehen zum Beispiel, wir können hier noch ein paar neue Sachen herstellen, dadurch, dass wir jetzt die Schmiede hergestellt haben. Wir können ein Elmholzlager machen. Wir können ein Eisenbarrenlager herstellen. Eine Pigmentmühle gibt es. Und wir können Landwirtschaft betreiben. Genau. Und hier gibt es noch, äh, ja. Da kommt später auch noch was dazu. Da müssen wir aber erst mal ein bisschen weiter rumlaufen. Was wir jetzt auf jeden Fall machen werden. Wir werden mal die Musna Khan Statuen reinsetzen. Beziehungsweise die restlichen Goblinlager noch abklappern. Äh. Jetzt kommt natürlich erstmal die Nacht. Das heißt, wir machen auch mal kurz... Ne, wir holen uns mal ein bisschen Fleisch. Schmeißen das auf den Ofen. Und dann machen wir auch noch Bubu. Ich weiß, ich hätte es ja gar nicht rausholen müssen aus der Kiste. Das ist so ungewohnt und einfach so gut, dass man das nicht aus der Kiste holen muss. Dass man es manchmal einfach vergisst. So, eine Runde schlafen. Oh. Könnte ich auch gerade Mittagschlaf machen. Ach, der alte Mann. So. Randa. Und wir haben tiefste Dunkelheit. Yay. Stört mich aber nicht. Stört mich überhaupt nicht. So. Was haben wir hier noch? Da gibt es noch Holz. Was ist hier eskaliert? Ja, wir müssen auch noch den Stahllammer herstellen, um diese Statuen zu restaurieren, renovieren, sanieren. Wie auch immer man das nennen möchte. Guck mal, hier ist noch der Orki. Habe ich die Kiste eigentlich aufgemacht hier? Tatsächlich nein. Das ist nämlich noch eine Musna-Kahn-Statue. Es ist so gut, wenn du einfach ein viel größeres Inventar hast und das ist nicht so nervig. Du musst nicht ständig überlegen, was nimmst du mit, was lässt du liegen. Sehr geil. So, da gibt es noch Eisen. Äh, da gibt es noch mal ganz fett ignoriert. So, was gibt es hier noch drin? Das ist quasi noch mal das gleiche Gebäude wie nebenan, wo wir jetzt gerade unser, 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 unsere kleine Base aufgebaut haben. Auch wieder mit einer Schmiede nebendran. Also, das findet man ziemlich häufig. So, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir noch jede Menge an Eisen zusammenfarmen. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Das machen wir dann. Oder das werde ich offscreen machen. Da müsste ich ja nicht ständig dabei sein. Ist eh nicht so spannend. Jetzt dürfte es aber langsam mal wieder ein bisschen hell werden, weil ich nämlich gleich diesen Debuff bekomme. Ihr seht es schon, da unten in der Finsternis. Wenn du das zu lange treibst, dann hast du nachher ein echtes Problem und da kryptierst du halt tatsächlich auch dran. So, ich werde mal gerade vorstellig werden hier. So, ich werde mal gerade vorstellig werden. Mann, oh man, die waren aber auch hartnäckig, oder? So. Schlüssel besorgen. Kiste aufmachen. Noch eine Statue. So, Leute. Ich glaube, ich kriege gerade ein echtes Problem. Ich kriege nämlich gerade Eisknochen. Wir brauchen, wir müssen zurück in die... Ah, der Morgendämmert. Dann müssten die Eisknochen auch gleich verschwinden. So, dann können wir gerade hier vorbei und dann können wir eigentlich auch noch die Statuen abgeben an diesem Musnakan-Altar. Der müsste doch hier, glaube ich, auch irgendwo sein, ne? Da war der ja drüben. Ich kann mir das nie merken, wo das dumme Ding steht. Ich habe auch das Gefühl, steht jedes Mal woanders. Ach, da ist er doch. Da ist er doch. Guck mal, wir haben alle vier. Total geil. Und dann kann man den einfach aufmachen. Dann sind da ganz tolle Sachen drin. Sowas hier und sowas hier. Und jetzt gibt es einen Langgrundhut und Schild des letzten Bündnisses und Stahlbarrenlager und Stahlhammer. Das Rezept haben wir gefunden. Ja, dass wir den herstellen können. So, wenn wir gerade mal gucken. Genau, da wollte ich mal reingucken. Also, so, 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 Waffen. Ne, Quatsch. Das finde ich ja in der großen Schmiede dann. Ja, ihr seht es, ich bin selber noch nicht ganz so sattelfest. So, Freunde. Jetzt sind wir aber tatsächlich wirklich am Ende für heute. Und ich habe gerade gesagt, ich werde offscreen noch ein bisschen Zeug zusammenfahren. So, dass wir dann in der nächsten Folge dann gucken, dass wir auch diesen großen, diese große Steinpickel-Axt. Also, ihr wisst, was ich meine. Zum Graben. Das Grubengrabgerät. Genau. Das werden wir zusammenbauen. Und dann gehen wir mal auf die nächste Ebene runter und gucken uns da ein bisschen um. Wir müssen aber tatsächlich nochmal öfter hierher zurückkehren. Bin ich der Meinung. Denn wir brauchen ja die Schmiede. Und ich will auf jeden Fall diesen Speer haben und will noch ein bisschen Ausrüstung haben. Und es gibt so viel, was ich noch haben will. Aber am liebsten will ich, dass ihr, oder würde ich mir wünschen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Heute Abend, 20 Uhr, auf Twitch. Könnt ihr mich auch live verfolgen. Allerdings im Valheim, nicht in Moria. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Bis demnächst. Tschö. Mette.